Wir machen ja hier Automatenzeitalter. Du kannst dir also vorstellen, dass du als Hamlet mit deinem toten Vater sprichst. Aber du kannst dir nicht vorstellen, dass es ein Luftschiff ist, oder dass es Rio de Janeiro pudding gibt, oder dass die Menschen gut sind? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Kann sein. Hallo! Ich schreibe das Jahr 2500. Der Mensch ist gut! Freiheit von Raum und Zeit. Kaffee! Du musst es behaupten! Einfach mal machen! Komm! Wir sind doch nicht auf der Bildung, poppelt über grüne Wiesen zu tanzen! Niemand zwingt dich hier zu bleiben. Du kannst jederzeit gehen.